Oh Gott. Und... bitte. Und... bitte. Wir suchen engagierte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Was wir hier machen, sind Ideen... Scheiße. Ideen entwickeln, filmen... Da ist... Warte. Warte. Ich mach mal alles im Neudurchlauf. Am besten wäre es, wenn man das so dahin stellen könnte. Scheiße, der Fall nicht. Oder so direkt davor, das ist ja voll cool. Bitte. Wir suchen engagierte Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, die Lust und Zeit haben für... Und... bitte. Außerhalb der Öffnungszeiten wird sich die Jugendredaktion dann auch treffen. Außerhalb der Öffnungs... Außerhalb der Öffnungszeiten... Außerhalb der Öffnungszeiten... Außerhalb der Öffnungszeiten... Außerhalb der Öffnungszeiten... Wir sind in der Landauer Festhalle. Wir sind in der Landauer Festhalle. Wir sind in der Landauer Festhalle. Oh, jetzt. Handy weg. Jetzt fahr doch mal auf damit, du lenkst mich ab. Unsere Öffnungszeiten... Nein, lass es doch! Unsere Öffnungszeiten sind von Mo... Unsere Öffnungszeiten sind Mo... Unsere... Fuck. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag um 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Ihr seid herzlich willkommen. Ihr seid herzlich willkommen. Wir warten auf euch. Wir zählen auf euch. Und bitte. Ihr seid willkommen. Wir warten auf euch. Wir zählen auf euch. Also. Hallo Stefan. Willst du dich kurz vorstellen? Hallo Patrick. Nee. Du wirst die neue Jugendredaktion, wenn wir diese hinbekommen, leiten. Was für Erwartungen hast du an diese Jugendredaktion? Warum lachst du? Ihr könnt mich da nicht in dieses irre Video einplanen. Doch. Das ist so geil. Aber das kommt in die Outtakes. Okay. Sorry, wir machen das nochmal. Cut! Cut! Aus! Alles klar. Hallo Stefan. Hallo Patrick, grüß dich. Hallo. Du wirst die neue... Mann! Du kannst nicht so oft Hallo sagen. Soll ich nochmal Hallo zurück sagen? Ja! Patrick, hallo! Okay. Okay. Es reicht. Cut! Cut! Okay, danke für deine Zeit. Bitte sehr. Okay. Danke für deine Zeit.